Hallo, ich bin Warda Hasselmann. Ich bin 1946 geboren, ein Zwilling mit Aszendent Skorpion. Diese Kombination von der Astrologie her hat mich sozusagen auch prädestiniert dazu, einerseits eine Leichtigkeit zu haben und andererseits eine gewisse Tiefe. Das lebe ich und kann nicht anders. Ich bin in Norddeutschland zunächst aufgewachsen und dann sind meine Eltern nach Italien gezogen. Dort habe ich den zweiten Teil meiner Jugend verbracht. Meine Mutter ist Italienerin und deshalb bin ich auch zweisprachig aufgewachsen. Mein Weg zu meiner heutigen Tätigkeit oder Nicht-Tätigkeit als Transmedium war etwas kurvenreich. Und zwar bin ich erstmal in Mailand zur Schule gegangen. Dann bin ich nach Deutschland gekommen zum Studieren. Ich habe französische Literatur und englische Literatur studiert und habe dann eine Dissertation geschrieben über König Arthus und seine Tafelrunde. Die war sehr gut. Also haben alle gesagt, du musst weitermachen, du musst Professorin werden. Das wollte ich auch gerne. Das war mein Lebenstraum. Dieser Lebenstraum hat sich irgendwann verflüchtigt, weil ich das Gefühl hatte, nachdem ich nah dran war und schon die ersten Bewerbungen auf Lehrstühle hinter mich gebracht hatte, dass das wahrscheinlich nicht mein Weg sein wird. Das war aber nur so ein komisches Gefühl und ich war sehr traurig darüber, denn ich wollte sehr gerne an der Universität bleiben und dort meine Arbeit tun und auch bekannt werden. Ich war auf dem besten Wege dazu. Aber das Leben hat es anders gewollt. Ich hatte bis dahin schon sehr viel geschrieben und veröffentlicht und Schreiben war immer schon seit meiner frühen Jugend eigentlich mein Lebenselixier gewesen und unterrichten tue ich auch ganz gern. Als ich meine schöne Beamtenposition an der Universität Göttingen aufgegeben habe, wusste ich überhaupt nicht, wohin mein Weg mich führt, was aus mir werden sollte. Ich spürte nur den Impuls, ich muss da weg, obwohl ich es dort so schön fand. Aber ich habe dann jahrelang Dinge getan, die ich vorher nicht tun konnte. Ich habe meditiert, ich war viel in Indien, ich habe alle möglichen Sachen gelernt, ich habe massieren gelernt und ich habe Handlesen gelernt und Tarotkarten legen und war in Kreisen plötzlich, die ganz anders waren als meine Kollegen an der Universität. Das waren wirklich alles Esoteriker und Sucher. Ich fühlte mich da etwas verloren, aber ich habe eine Welt kennengelernt, die mir vorher völlig unbekannt war. Mit Medialität hatte diese Welt überhaupt noch nichts zu tun. Es war eher eine Welt der spirituellen Sucher. Ein bisschen war ich Fremdkörper dort, weil ich vielleicht zu intellektuell war. Ich weiß noch, ich lebte in einer WG und habe dort nach einigen Monaten gesagt, ich brauche einen Tisch, ich muss meine Schreibmaschine irgendwo hinstellen. Das galt schon als kätzerisch, dass jemand überhaupt einen Tisch braucht, war schon schlimm genug, aber dann noch für eine Schreibmaschine und was will die dann da schreiben? Also ich war da nicht so ganz richtig. Aber trotzdem habe ich in diesen Jahren, die mit zu den Schönsten gehören, weil sie so frei waren, sehr viel Verschiedenes gelernt und am Ende weiß ich jetzt, dass alles das mich schon vorbereitet hat für meine mediale Berufung und Tätigkeit. Man kann das nicht wollen. Das ist keine Sache, die man anstreben kann, sondern da müssen schon zwei Energien zusammengehören. Einerseits muss der Mensch sich in irgendeiner Weise vorbereiten, aber ohne Ziel, Sinn und Zweck. Und andererseits muss eine außerirdische Entität, eine Quelle, wie auch immer, sich jemanden suchen, der zu ihr passt. Das ist ein bisschen so wie Guru und Schüler. Der Guru sucht sich seine Schüler, der Schüler sucht sich seinen Guru. Die müssen zusammenpassen. Es gibt ganz viele Quellen, es gibt ganz viele Gurus und unendlich viele Schüler. Und obwohl ich scheinbar jetzt die Einzige bin, die diese Quelle zum Sprechen bringt, glaube ich doch, dass in Zukunft auch andere durchaus mit dieser Quelle in Verbindung treten können. Die Quelle, so wie wir ihre Mitarbeiter Frank Schmolke und ich sie nennen, ist eine transpersonale Wesenheit. Das bedeutet, sie waren Menschen, sind aber keine Menschen mehr und sind verschmolzen zu einer Seelenfamilie, die einen bestimmten Auftrag zu erfüllen hat, nämlich eine neue Seelenlehre den Menschen zu vermitteln. Diese Quelle besteht aus zwei Seelenrollen. Es sind Gelehrte, die machen das auch alles ganz systematisch, und es sind Weise. Und Weise sind, wie man weiß, redselig. Weil unsere Quelle aus Gelehrten und Weisen Energien besteht, legt sie auch Wert darauf, erstens zu kommunizieren und zweitens, dass das Wissen, das sie verbreitet, nicht nur für uns persönlich ist und für die wenigen, die in unsere Veranstaltung kommen, sondern dass es eine möglichst weite und breite Resonanz findet. Dies war unser erstes Buch. Wir hatten unendliches Glück, dass wir damit gleich beim Goldman Arcana Verlag gelandet sind. Das ist für gechanneltes Material eine absolute Ausnahme. Kein Mensch will das sonst haben, aber die Qualität hat von Anfang an überzeugt. Und die Quelle legt ganz großen Wert darauf, dass alles schriftlich niedergelegt wird. Sie sagt, ihr seid sterblich, eure Seminarteilnehmer sind sterblich, Bücher sind auch nicht ewig, aber sie halten doch sehr, sehr viel länger. Und was hier drin steht, das ist unsere Lehre, das ist unser Wort. Und deshalb sind die Veröffentlichungen so wichtig. Wir haben ja eine ganze Reihe von Veröffentlichungen. Ich sage nochmal hier, Weisheit der Seele, dann das Basiswerk, die Archetypen der Seele. Das ist das zentrale Werk. Ich würde aber immer raten, einzusteigen mit Welten der Seele. Die Seelenfamilie ist etwas, was man erst wirklich begreifen kann, wenn man sich mit den Archetypen beschäftigt hat. Aber dieses Buch hier, die sieben Archetypen der Angst, die beschäftigen sich rein mit den Archetypen, die die menschliche Angst als etwas Wichtiges, nicht direkt Positives, aber doch einen wesentlichen Wachstumsmotor beschäftigen. Dieses Buch hat auch 500 Seiten oder noch mehr, kann praktisch jeder, der sich mit Menschen beschäftigt, sehr gut gebrauchen. Denn Angst hat jeder in der einen oder anderen Form. Und die Angst an sich selbst und bei anderen zu erkennen, ist eine ganz große Hilfe im gegenseitigen Verständnis, in jeder Therapie, für jeden Physiotherapeut, für jede Krankenschwester, für jeden Arzt und alle, die mit Menschen arbeiten. Aber auch in der Familie, die gegenseitigen Ängste zu kennen und darüber zu lachen, ist sehr heilsam. Wir haben relativ schnell dann mit unserer Arbeit, die auch wirklich ganz neu war und nichts zu tun hatte mit den übrigen Publikationen von geschändeltem Material, große Resonanz gefunden. Und natürlich hat der Verlag, dieser gute Verlag, auch dazu beigetragen. Denn da ist ein großer Vertrieb und macht einfach aufmerksam, wenn ein solcher Verlag dieses Material veröffentlicht. Und relativ bald waren wir sehr stark beachtet von der Presse und auch vom Fernsehen, vom Radio. Ich habe viele Beiträge gesprochen oder gedreht, auch für verschiedene Fernsehsender. Aber das Wichtigste war doch dieser Film, der heißt Verbindung zur Quelle. Und wurde in den dritten Programmen sowohl in Österreich als auch in Deutschland, also 3SAT und ORF3 und BR3 mehrmals gesendet, sodass es ein ganz großes Publikum erreichte, was wir anzubieten haben. Das Wunder, das mit diesem Film, mit diesem Dokumentarfilm verbunden war, ist, dass er gedreht wurde von dem Bayerischen Rundfunk der Abteilungsstationen. Das ist der religiöse Sender eigentlich unseres doch in gewisser Weise noch recht konservativen Bayernlands. Dass die sich getraut haben, diesen Film über uns zu drehen, war eine unglaubliche Sensation, auch im Sender. Zweimal wurde die Ausstrahlung verschoben, weil irgendwelche Leute Veto eingelegt haben. Also auf keinen Fall durfte es in der Adventszeit gesendet werden, weil es doch möglicherweise ein bisschen ketzerisch ist, dass es auch noch andere Zugänge gibt zum Göttlichen als nur übers Neues Testament. Aber wir stehen in keiner Weise im Kontrast oder im Widerspruch zu irgendeiner Religion, zum Christentum schon gar nicht und zur Bibel auch nicht. Das haben die verstanden und deshalb wurde es auch gesendet. Das ist mein erster großer Roman. Er heißt Die Seele der Papaya, war sehr erfolgreich, ist 1999 zum ersten Mal erschienen, hat viele Auflagen erlebt und stellt die Seelenlehre der Quelle in poetischer Form unter anderem dar. Ist aber auch einfach ein sehr spannender Abenteuerroman, der in Indien spielt. Als ich dann in Deutschland zu studieren begann, habe ich sehr bald, ich war noch nicht 21, noch nicht volljährig, meinen späteren Mann kennengelernt und es war sofort eine ganz große, innige Verbindung und Liebe. Das war 1967, ist jetzt schon lange her und wir arbeiten jetzt seit 1990 an diesem großen gemeinsamen Projekt zusammen. Wir haben aber auch zusammen studiert und wir sind eine ganz eingeschworene Gemeinschaft. Wir haben aber auch eine seelische Verbindung. Wir betrachten uns als Seelenzwillinge und diese Seelenzwillingsschaft ist, wie man in den Büchern sehr gut nachlesen kann, die uns die Quelle da erklärt hat. Keine ganz einfache Verbindung. Es ist eine Verbindung mit vielen Höhen und Tiefen, aber ganz unverbrüchlich. Und dass wir zusammen dieses Werk in die Welt setzen können, ist eine so großartige Sache. Wir könnten es nicht einzeln machen. Wir können es nur zusammen machen. Und das wissen wir beide und das hält uns auch jenseits aller Gefühle auch in dieser Beziehung. Das ist für uns etwas so Wesentliches und wir machen das mit großer Freude zusammen, bis es nicht mehr geht. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020